Geschossdecken sind wichtige Bauteile, da sie einen bedeutenden Teil der Gebäudemasse ausmachen. Beton ist aufgrund seiner ausgezeichneten statischen und baufysikalischen Eigenschaften immer noch das bevorzugte Material hierfür. Mit dem innovativen Step 2 Deckensystem minimieren wir den Materialeinsatz, um nachhaltige Bauwerke mit guter CO2-Bilanz zu schaffen. Unser Ziel ist es, große Spannweiten zu ermöglichen und zusätzliche Funktionen wie verbesserte Raumakustik zu integrieren. Dafür untersuchen wir das Potenzial von wiederverwertbaren 3D-gedruckten Schalungen. Um diese vielfältigen und teilweise widersprüchlichen Ziele in Einklang zu bringen, entwickeln wir ein digitales Planungswerkzeug. Damit werden bereits im architektonischen Entwurf Parameter optimiert, um Material einzusparen und gleichzeitig die Rahmenbedingungen der Fabrikation einzuhalten. Mit diesem Ansatz sind wir auf mögliche Industriepartner zugegangen. Unsere Motivation an Step 2 mitzuwirken war, dass wir grosses Potenzial sehen in der 3D-Drucktechnologie und der digitalen Fertigung von Bauteilen, welche diese individuellen Oberflächengestaltung möglich macht. Der zweite Grund war die Nachhaltigkeit dieses Deckensystems. Beton nur da, wo nötig. Dank der Vorspannung sind die Elemente sehr schlank, benötigen ca. die Hälfte an Betonvolumen und es können mit dem kreislauffähigen Zirkulitbeton mehr als 50% an CO2 gegenüber einer herkömmlichen Flachdecke eingespart werden. Dank dem Projekt Step 2 entstand die inspirierende Partnerschaft zwischen der Staltung Bauteilen AG und der Zirkulit AG. Es war schnell klar, dass die Decke eine zusätzliche akustische Funktion benötigt. Aus diesem Grund haben wir integrierte Akustikboxen entwickelt, die mit unserem neuen spritzbaren und nicht brennbaren Kavipur Mineralschaum gefüllt wurden. Neben der ursprünglichen Funktion als thermisches Dämmmaterial, fungiert Kavipur als effizienter Akustikabsorber mit einem geringen CO2-Fußabdruck und einer hervorragenden Recyclierbarkeit. Die Decke dient im Gebäudebetrieb als thermische Speichermasse und trägt dazu bei, den Energiebedarf für Heizung und Kühlung zu senken. Sie ist integraler Bestandteil eines ganzheitlichen Energiekonzepts, das sämtliche Energieflüsse im Gebäude simuliert und optimiert. Diese innovativen und ästhetischen Deckenelemente sind nur mit einer genialen Teamleistung aus Architekten, Ingenieuren und uns als Produzenten möglich. Jeder Partner bringt seine Kernkompetenz mit ein. Wir sind sehr dankbar, dass Nest und die EMPA die Plattform zur Verfügung gestellt haben, damit diese wunderbare Idee jetzt Realität geworden ist. ... ... ... ... ... ... ... ... ...